Helmut Schneider ist ein deutscher Althistoriker. Helmut Schneider studierte von 1966 bis 1973 die Fächer Geschichte und Philosophie in Tübingen und Marburg. Seine Promotion erfolgte 1973 mit der Arbeit Wirtschaft und Politik Untersuchungen zur Geschichte der Späten Römischen Republik bei Karl Christ. Von 1978 bis 1988 war Schneider wissenschaftlicher Assistent und Hochschulassistent für Alte Geschichte an der FU Berlin. Dort habilitierte er sich 1986. An der Universität Kiel hatte er 1988-89 die Vertretung einer Althistorischen Professur inne. In den Jahren 1989 bis 1991 war er als Privatdozent in Heidelberg tätig und war vom Wintersemester 1991 bis zu seinem Ruhestand Gründungsprofessor. Für Alte Geschichte an der Universität Kassel. Schneider ist seit 1995 zusammen mit Hubert Kanjik Herausgeber des neuen Pauli. Schneider ist Spezialist für die antike Wirtschafts- und Sozial-, insbesondere die Technikgeschichte. Schriften, Monografien Wirtschaft und Politik, Untersuchungen zur Geschichte der Späten Römischen Republik. Palm und Enke, Erlangen 1974, die Entstehung der römischen Militärdiktatur, Krise und Niedergang einer antiken Republik. Kiepenheuer und Witsch, Köln 1977, ISBN 3-462-01-2304, das griechische Technikverständnis. Von den Ebenhomers bis zu den Anfängen der technologischen Fachliteratur. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1989, ISBN 3-534-0453-2-7. Einführung in die antike Technikgeschichte. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1992, ISBN 3-534-0833-5-0. Geschichte der antiken Technik, Beck, München 2007, ISBN 9-7-8-3-4-0-6-5-3-6-3-2-8. Herausgeberschaften zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Späten Römischen Republik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1976, ISBN 3-534-0-7-8-0-6-3. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Römischen Kaiserzeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1981, ISBN 3-534-07-8-0-6-3. Geschichte der Arbeit. Vom alten Ägypten bis zur Gegenwart. Ungekürzte Ausgabe. Ullstein, Frankfurt am Main U. A. 1983, ISBN 3-548-3-4-1-4-0-3. Mit Hubert Kandjik. Der neue Pauli. Mit Hans-Joachim Gerke. Geschichte der Antike. Ein Studienbuch. Metzler, Stuttgart U. A. 2000 ISBN 3-476-01455-X. Mit Hans-Joachim Gerke. Geschichte der Antike. Quellenbend. Metzler, Stuttgart U. A. 2007, ISBN 978-3-476-020178. Mit Hubert Kandjik und Manfred Landfester. Der neue Pauli. Enzyklopädie der Antike. Sonderausgabe. WBG, Darmstadt 2015, ISBN 978-3-534-267-644-4.